Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu unserem Let's Play Minecraft und ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. So, ja, was können wir machen diese Aufnahme? Ich habe mir da eigentlich doch schon was überlegt. Ich weiß nur noch nicht, wo genau ich das machen möchte. Ich würde sagen, wir gehen mal runter in den Keller. Wir brauchen... Nein, hier. Oh, wir haben nur vier Stück, das heißt wir sollten mal Fichtenholz holen. Das machen wir mal. Und dann bin ich mir noch nicht so sicher, mache ich das aus dem hier? Oder machen wir uns grüne Wolle? Hm, ich muss mir leider noch mal überlegen, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wir müssen jetzt erst mal gucken, wo hatten wir... Schnuffi! Hallo! Schnuffelchen! Äh, nee, ich muss hier noch mal eben rein. Wo hab ich denn? Wo hab ich denn? Sorry, wir müssen doch noch mal runter. Na, jetzt lass mich hier runter. Danke. Nein, auch nicht. Hä, wo hab ich denn? Auch nicht. Hm, ich hab gedacht, ich hätte noch eine Schere gehabt. Dann machen wir uns eben noch eine, aber ich könnte echt... Ja, ich könnte... Äh, ich schwören, wir hätten noch eine. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Ich sag dazu jetzt echt grad mal gar nichts. Ich bin ja wieder so richtig promissig am Start. Wo haben wir eine Winterlandschaft? Ah. Ich weiß das jetzt leider gerade gar nicht. Ja. Ich glaub, auf dem Weg zum... Stadion... War, glaub ich, hier irgendwo was, oder? Ach, wie... Boah, jedes Mal... Oh, hier ist noch eine Spalte. Können wir ja mal eine runterlucken. Wir haben noch so viel zu erkunden. Das ist echt der Hammer. Das geht ja schon gut los, ne? Zwei Minuten im Spiel. Und schon regnet's. Ich muss aber mal kurz in den Einstellungen gucken. Ja, da hab ich nur auf 40. Hm. Kommt mir alles nämlich so grad so mega laut vor. Boah. Nee. Das ist die Steppe. Das sieht hier auch geil aus. Es schwebt da einfach mal so ein riesengroßer Block. Aber ich mein, hier wär irgendwo... Schneegebiet gewesen. Ist jetzt natürlich schwer für uns, äh, zu unterscheiden, weil wir ja ein Schnee-Texture-Pack drauf haben. Das heißt, wir haben ja jetzt momentan überall Schnee. Aber ich mein, wir hätten hier irgendwo ein Schneegebiet. Nee, hier will ich nicht runter. Das ist mir zu steil. Wir gehen einfach mal. Da hinten ist ja noch die Wüste. Die kennen wir ja. Die ist ja etwas, äh, größer. Die erstreckt sich ja hier über das ganze Gebiet. Ach ja, ist das schön. Hühner. Haut ab. Wo hatten wir denn? Boah, hier sind überall Hühner, ey. Wenn ich daran denke, wird mir schlecht. War das ein Krampf mit den Plagegeistern. Wo haben wir hier... Wir müssen ja jetzt eigentlich schon auf der Höhe von unserem Stadion sein. Also, das Stadion ist weiter in die Richtung. Aber ich mein, in der Nähe von unserem Stadion wäre Schneegebiet gewesen. Wenn wir mal nicht mal nach Hause finden, dann wissen wir ja Bescheid. Hier ist auch viel Birke. Aber das will ich ja jetzt nicht haben. Kühe! Ja! Ja, was ist? Das gibt es doch nicht. Hier muss doch irgendwann mal Schneegebiet kommen. Ich glaube, da hinten. Ich glaube, da habe ich was gesehen. Ups. Hier ist ein Minenstollen. Ist der der, wo wir schon mal drin waren? Wo sind wir denn jetzt? Hier 921. Mein Gott, hier haben wir ja echt Stollen noch und nöcher. Das ist echt der Hammer. Hier ist auch wieder... Das Eisen. Ach nee, komm, das lassen wir jetzt. Da, das sieht doch nach einer Schneelandschaft aus. Oh, Hoppelmänner! Hoppeldizien! Hallo! Na, das sind doch hier jetzt, äh... So hoffe ich. Ich mache einfach mal. Komme ich hier dran? Nee. Hü! So, das gehört nach uns. Nehmen wir mal mit. Ist auch irgendwas im Wasser gefallen? Nee. Sieht gut aus. Nee, so einen großen will ich jetzt nicht haben. Hier, nehmen wir mal so einen kleinen. Diesmal sind aber Sachen im Wasser reingeflutscht. Jetzt mach dich hier vom Acker. So. Mach mal dich auch mal weg. Okay. So, was haben wir denn jetzt? 14. Und Blätter 62. Okay, 15. Dann würde ich sagen, mach mal dich hier noch weg. Nein. Nein. Nein, es geht noch weiter höher. So, dann haben wir ein Stack. Der eine ist ja da runtergeplumpst. Ist da ein Setzling runtergekommen? Ne, bis jetzt noch nicht. Ach, guck mal, wo wir sind. Da ist das Dörfchen. Na, komm. Runter. Na, komm. Gehen wir. Das ist so hell. Ist da eine Lavaquelle? Jo, ich höre schon Lava. Hoppelmänner, ihr müsst hier aufpassen, bitte. Na, schön aufpassen hier. Na, dann wissen wir ja ungefähr, wo wir sind. Da hinten ist ja das Dörfchen. Hoppelmännchen. Wobei ja schon mal waren. Und hier in der Nähe, wie gesagt, ist unser Stadion. Hier möchte ich jetzt nicht runterfallen. Ach, schön. Ich freue mich aber auch darauf, wenn wir demnächst wieder die Minecraft Musik haben. Ich habe mir überlegt, bis Heiligabend werden wir hier Weihnachtsmusik nehmen. Wenn natürlich jetzt eine Aufnahme länger ist als bis Heiligabend. Ja, also ich werde jetzt nicht so aufnehmen, dass Punkt Heiligabend die letzte Folge rauskommt mit Weihnachtsmusik. Ähm, wenn wir die drin lassen, aber die nächste, ähm, die nächste Aufnahme wird dann definitiv wieder ohne, ähm, Weihnachtsmusik dann sein. Ich denke mal, das wird sich dann so Richtung Silvester, Neujahr irgendwie sowas in den Dreh bewegen. Ist irgendwie cool hier über, aber die, äh, Blätter hier zu springen. So, ich denke mal, gleich wird auch unsere Hütte kommen. Da haben wir schon wieder Wüste. Das passt. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, was wir diese Aufnahme machen sollen. Wir werden uns mal überraschen lassen, was wir diese Aufnahme so alles machen. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich selber überraschen. Man muss ja nicht immer einen Plan haben. Boah, ich habe heute, haha, Berliner Brot gebacken. Dafür, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe, sind die echt gut geworden, muss ich sagen. Also, hätte ich nicht gedacht. Die hätten vielleicht noch, ja, so zwei, drei Minütchen länger, ähm, im Backofen bleiben können. Damit die schön hart wären, wie ja Berliner Brot eigentlich sein soll. Oh.